Wo habe ich denn heute Morgen gespeichert? So, dann wollen wir mal schauen. Das große Finale. Muss ja mal ein Ende haben, das Ganze hier. Ach, ich bin schon ein und so weit. Gestern hatte ich ja das Problem, dass ich an den zwei Dicken nicht vorbeigekommen bin. Da kann ich euch einen Trick verraten. Ihr kommt von da hinten, lauft hier rein, ungefähr bis auf die Höhe, da wo ich jetzt hinziele. Ungefähr bis hier hin und dann ballert ihr den zwei Dicken, die spawnen hier, einmal richtig schön Nervengas in die Mitte und dann sofort ganz schnell die Leiter hoch. Dann braucht ihr keinen weiteren Schuss verschwenden und seid eigentlich direkt gekriegt durch. Hier, Nervengas hatte ich mit dieser dicken Wumme hier verteilt. Das ist mein Rat für diese zwei, weil bevor ich da jetzt noch stundenlang weiter dumm rumkämpfe und immer wieder sterbe, mache ich es mir einfach. Kommt mir bekannt vor. Bist ihr sicher? Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Das ist deine Schreckheit. Warum sehe ich das? Jason, ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das war's, verdammt Bill. Er will nicht sein, Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu täten. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Alter, jetzt kommt die wieder Kettensäge. Lass mich! Lass mich! Oh Scheiße! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg weg! Oh Kacke! Stopp stopp stopp! Bin ich mit so nem Scheiß noch kalt, oder was? Das ist doch nicht, bin ich ein Depp? Das ist jetzt nochmal Nein, nicht! Stopp, stopp, stopp! Nein! Nein, nein, nein! Du? Du? Warum hast mich alle? Ich wollte! Stopp, stopp, stopp! Stopp, stopp, stopp! Stopp, stopp! Stopp, stopp! Stopp, stopp! Stopp! Oh, ich dec... Ich dec die Unterlandung! Stopp! Du? Du? Warum hast du mich alle? Levorher Tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Verdammt! 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 Verdammt Ja, ja. Ich bin jetzt ein großes Männchen. Du bist nur ein kleiner Junge. Oh, fuck. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, au, au. Die Waffe! Ich muss mich nicht schmieren. Sehr gut. Das war's Das war's Na endlich Nächste Woche ein neues Spielstart Ein anderes Spiel Ich bin Redfield Gut, dass wir sie gefunden haben Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Ach Mia lebt auch noch Mia Du hast es geschafft Ich bin froh Hab ich Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere Letzte Nacht Hat sich eine geschlossen Und diese Nacht war lang Aber nicht nur für mich Nicht nur Mia und ich sind Opfer Sondern auch die Bakers Es war dieses Ding Evelyn Die sie so gemacht hat Aber jetzt ist Evelyn tot Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen Ich hatte gerade Mia's Verlust akzeptiert Doch sie ist zurück Und will von vorne anfangen Das alles hinter uns bringen Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür Tja Tja Set was it Spiel geschafft Endlich Das kommt jetzt noch Ah Das kommt jetzt noch So Abspann Okay Fast 14 Stunden Und ich glaube So ein Speedrun geht eine Stunde 40 Oder sowas Also ich bin mal eben um das Zehnfache schlechter Aber egal Egal Ja Dann stoppen wir das an der Stelle hier Spiel vorbei Ab nächste Woche nächstes Spiel Freue mich schon drauf Dieses Wochenende kann ich nicht spielen Weil meine Frau hat Geburtstag Es gibt ein bisschen was zu tun und so Aber Ab Montag, Dienstag geht es dann spätestens weiter Abonniert 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 Abonniert